Herzlich Willkommen hier auf der Single Couch am Straubinger Geilbunnen-Folkfest. Wir haben hier ein super schönes Pärchen da. Ich glaube, die können uns ein paar Tipps geben für unsere Singles. Weil ich glaube, die sind schon ein paar Jahre zusammen. Fragen wir mal, wo sie herkommen und wie es heißen. Wie heißen du? Anna. Werner. Wie lange seid ihr schon beieinander? Ich frage lieber die Frau. 36 Jahre. 36 Jahre. Aber ihr strahlt noch ganz schön, oder? Ja. Kann man sagen, ihr brummt noch wie ein Trafo-Häusl? Was ist auch ein Geheimnis bei eurer Liebe? Jeder einen Schritt für die und einen zurück. Jeder. Zwei Schritte für die? Zwei Schritte für die. Einen zurück. Wie kann man sich das vorstellen? Also, dass man einfach gemeinsam geht durchs Leben und ein Geben und Nehmen ist? Ja, jeder soll nicht immer auf sein Recht bestehen. Da muss man ein bisschen nachgehen auch. Darfst du deine Frau noch mehr umtauschen? Nein. Nein. Ich glaube, das ist ein schönes Abschlusswort. Unser Pärchen aus Bong. Das, was sie heute noch liebt. Nach wie vielen Jahren, habt ihr gesagt? 36. Nach 37 Jahren noch heiße Liebe. Und sie sagen immer noch, sie brummern wie ein Trafo-Häusl. Ist das nicht schön? Liebe Singles, das ist Motivation. Das ist ein Ziel. Und das ist ein unheimlich schönes Lebensgefühl. Das wollen die zwei uns mitteilen. Vielen Dank dafür. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Vielen Dank.